ein schönen guten tag youtube eier daniel der der team jetzt wieder in einer runde let's bash diablo 3 ich habe ja aufgehört dass ich mit lea noch schätzen wollte denn ich habe jetzt momentan keine quest aktiv das kann ich euch zeigen hier keine quest aktiv am journal und ihr seht ja das ausrufezeichen ist bei ihr und jetzt laber ich mit ihr mal schauen was sie zu sagen dass wir den ex pcs mit herr words are cryptic sie said it fell where only the ancient smith red that makes me think of the drown temple near the festering woods remember you telling me about it uncle exactly leia the temple was home to the nephilim leia your knowledge could be invaluable you must go and help our friend retrieve the sword piece the nephilim were ancient humans with fantastic powers legend holds that they wage a terrible battle near the temple and that their ghost still war with one another also ich habe jetzt eine neue quest die heißt the broken blade das gebrochene schwert ich muss jetzt als allererstes zu dem ground temple gehen aber vorher gehe ich hier noch hier mein mein billiges item da kaputt machen subteil essences habe ich jetzt das ist schon 23 das schild verkaufe ich auch egal ich brauche jedes gold das ich kriegen kann und mal schauen vielleicht kriege ich sogar ein paar schlitter vielleicht hat er auch eine gute waffe die ich ihm eventuell abkaufen könnte sieht aber im moment nicht danach aus oder haben wir aber ganz interessant ich will jetzt war zehn lebenspunkte aber gewinn dafür mache ich mehr schaden 1,2 schaden mehr und sechs protection mehr und ich habe einen besseres mf find also das lohnt sich doch auf jeden fall mal den hand zu kaufen und zu kaufen und verkaufe ich das dass das das und das und dann reparieren wir mal schnell meine ganze ausrüstung für zehn gold was once one shall become for though the three shall become one never again will the four so jetzt gehen wir mal kurz in deckerts kein haus ja gut gab es nichts neues man weiß ja niemand sollte immer mal wieder die häuser abchecken solange man es kann a history of new tristram okay habe ich auch schon gelesen gibt es auch nichts gehen wir mal in ihr zimmer doch die key to unlocking the stranger's memory is reassembling his sword i wish i could say this was another of uncle's crazy theories but i can't deny that these ominous events are starting to really scare me Ja, sehr komische Eigenschaften oder halt Events, ja Gelegenheiten oder alles was halt geschehen ist bisher ist alles ein bisschen seltsam Und deswegen wird wohl das auch das Richtige sein, was Deckard Cain sagt, wir müssen das Schwert zusammensetzen und dazu muss ich jetzt in die Fields of Misery wieder Ja, ich werde los mit ihm die besten nicht genug, nicht genug Führung, ja ich habe keinen Power in mir, auch und alle die Unterschiede sind, ich habe keine Kontrolle über meine Das klingt... troublinglich Es hat nur ein paar Mal in meinem Leben, und nur als ich in der Gefahr in der Gefahr Ja, sie kann sie nicht erklären, woher sie auch, sie hat auch irgendwie Macht anscheinend Oh, jetzt muss ich alles nochmal erforschen, ne danke, ey Ja klar, weil die blöden Fields... Habe ich nicht zu Ende gemacht Ich habe die Aufgabe zu Ende gemacht, schon darf ich jetzt hier alles nochmal wegwäschen Dann machen wir das halt schnell Bäschen wir die Landschaft nochmal schnell weg, hier Ich nehme mal die ganzen Items erstmal mit, weil das alles Gold gibt Bäschen wir nochmal hier schnell durch Doch die Fields of Misery Nämlich jedes Mal Fruit Crossbow nehme ich jetzt nicht mit Graue Items nehme ich garantiert nicht mehr mit Ja, und jetzt geht's los Hier, alles kann ich kurz Ja, und jetzt geht's los Hier, alles kann ich kurz Naja, heh heh, schönes Gemetzel hier Oh, Baum Die wollen wir setzen Ah, noch nicht bereit jetzt zum Stunnen Egal, wäschen wir hier die Blume auch weg, wenn wir dann Was hab ich da eigentlich für... Rent Ne, Rent nehme ich nicht, nehme den Hammer, der ist besser Rolling Thunder Der ist cooler als dieses Rent Low-Quality-Hatership Ne, danke, Bräunert Hier, BAM Hier, ein Stand Oh, jetzt gibt's den Hammer Ich krieg dir meine Feuillisse Ja Schönes Gemetzel So, wie sie es gehört Ach, da ist noch mal eine Okay, BES Hier, Sack Ja, Spuck alles raus, Alter Gibt's mir, ey Ich lauf nicht in dein Gift hinein Ach, schade Wieder ein paar frische Schlange, ey Na, dann mach ich mal Machen wir den Demon Ja Ich bin ja auch noch mit dem Ring gelaufen Egal Fick Hunter Close Oh, die könnte interessant sein Plus sieben Rüstung, ja Demon Hunter Toll, Dämonenjäger Ja, super loot, ey Kann ich nicht tragen, ey Was bringt's mir dann, Bräunert? Egal, mitnehmen Gibt's Geld Oh, zwei Gold, ey Ja, ist schön, ey Viel Geld, ey Hintermitte Mehr So, wird's dann noch ein Hammer Hier nochmal ein Hammer Wie soll ich das hier Jawohl, so ist es recht Ist alles noch recht einfach hier, ey Zack, 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 zack Ah, da ist ein Goblin Ah, ich hatte Goblin Bleib mal da Sonst Hier ist ein Goblin Need more time Need more time, dann brauche ich mehr Zeit Bleib drauf stehen Hier, der dumme Sack ist auch noch im Moon, ey Aber ich hab ihn Ich hab ihn Ich hab ihn Springen wir uns halt so kurz rein Hier, da Den toten Händler da Noch mitnehmen Die Boots mitnehmen Der Fick Hyde Belt Könnte interessant sein Das Geld ist immer interessant Gold ist immer interessant Oh, das sieht neckisch aus Mal angucken Okay, die sind schlechter als meine Handschuh Die Husten sind auch schlechter Der Crossboy ist auch nix Die Schuhe sind auch nix Die können wir verkaufen, ey Der Gürtel ist auch nix, ey Auch nicht zu gebrauchen Egal, den Katschel nehme ich mit Egal, verkauf nicht So, weiter geht's Alles kaputt hier Kaputt schlagen Die Husten sind auch nix, oder Er ist auch nix, oder Der Kugel ist auch nix, oder Werden nicht zu gebrauchen oder Böse Der Kugel ist doch nix, oder Aber der Kugel ist doch nix, oder Der Kugel ist doch nix, oder so einfach kommt aber alles da ist ein gegner ich habe ja den haben wir aber schnell platt gemacht sechs rüstungsklasse ja sehr schön gleich wieder sein gehen und schon wieder genagelt voll hier mit schrott lute mehr zeit gibt aber keine zeit ich habe keine zeit kurz kurz stab short step kurzer stab 12,5 stand 12,3 als zwei handwaffe wie schlechte ein leid mit schreiner der ist die 25 prozent mehr zwei minuten jetzt schlachten in den zwei minuten hier damit wird es auch voll ausnutzen das war schon mal ganz nett ach da hat er da liegt noch einmal ein toter toter dorf, wo noch von da sind wir hergekommen da geht es um und meine gruppe hat sich gerade unterhalten über den orden der templar und leer hat ich habe ihn gefragt also dann mein charakter hat gefragt ob es frauen in dem und in den links gibt in dem clan halt der templar oder in der gilde ist ja egal und sie er sagte nö aber es wäre eine fantastische idee doch da welche einzuführen also diesmal einzuführen forsaken ground es gibt eine quest hier die nehmen wir gleich an aber erst mal setzen wir noch alles um solange ich noch eine fahrungsdruck habe komm gehen wir schnell hin zu den fragezahlen dann kommen die gegner dann kann ich es noch haushetzen ich muss jetzt praktisch die ganzen fügel geschlacken alle 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 schledermäuse weil sie sich ganz klein schledermäuse bereit gemacht haben neuer rekord 15 objekte das wird not enough fury not enough fury jetzt habe ich nicht genug gehabt ein richtiges gemetzel hier he naja rekord 31 objekte bitte massaker 13 mobs gekillt ja und das war's mein land ist safe bless you tristrams familie will not start dankst du der wort we have done today ja und es gab 1200 erfahrungspunkte also es hat sich doch mal gelohnt die aufgabe zu erledigen und da warten schon wieder gegner was habe ich denn hier auf meiner linken leiste cleave ja gut cleave ist auch nicht schlecht brutale strike a single enemy with a chance to knock back bash each hit has a chance to stun enemies instead of knock back enemies slain by cleave explode simple folk have made their lives and homes here they will not survive this disaster unless we aid them need more time need more time need more time brauche mehr zeit ja immer wenn du die fähigkeiten wechselt dann gibt es eine kurze abkühlzeit also lost mind verlorene mine level 1 ja dann gehen wir doch mal rein ist ganz nett das gebiet war ich auch schon drin war ich obese hier war ich die in die die war ich ja und lange ich aber ich switch jetzt mal wieder ich gehe jetzt mal auf ich möchte mal schauen, still recutting, legt noch auf jetzt bringen wir die Gegner ein und wegkacken wir sie alle und bringen sie mit ammo mit, ey ja, we've finished them off, wir haben sie alle erledigt wir haben sie alle getötet, geschlachtet, weggebälscht, ungeschlickt haben wir sie hey, die Gegner die Klasse, ich weiß auch nicht, oder ist das mein Barbar der einfach wirklich, eigentlich einer, also von den Klassen her eigentlich wirklich nicht sonderlich schwer zu spielen ist er ist halt ein bisschen, er ist nicht ganz so ausrüstungsabhängig aber ihr braucht halt auch Trefferpunkte weil ihr müsst, als Barbar müsst ihr im Nahkampf sein, das ist ganz klar, das ist logisch und deswegen braucht ihr auch Trefferpunkte aber wir werden sehen, wie wir uns in Akt 2 schlagen werden, wenn wir mit dem ersten Akt durch sind aber bis dahin wird es noch eine Zeit lang dauern dann werden wir noch ein paar Levels haben oh, ich hasse es, wenn ich diese Tür mache wenn sie das, wenn das hast du meistens wenn sie euch verscheuchen Nightmare das war ein wertvolles Foe, Glorious Glorious, ja Dark Shield Boah, mein Loot ist, ich bin so voll mit Schrott Loot, ey 13,3 Schaden, ey Increased Attack Speed bei 2% 13,3 Schaden oder 13,0 Schaden pfff ist nicht großartiger Unterschied, hey die andere ist besser ich habe 14,9 Schaden naja, ich sollte mal wirklich jetzt langsam verkaufen gehen, hey hat er mir ein Nobbacken hat er mir ein Nobbacken ist da weil ich ein Nobbacken hier mal so ganz groß verpasst und wieder eine ja, und ich werde wieder geführt ich hatte ja, für mich doch komm, hier ja, komm wenn es ein Kleinangriffsgefühl ist der Höhen her ja, kein Glück werden hier wir brauchen euch nicht fürchten wir werden die Dings die Welt besser machen Zweihandschwert ich habe aber keinen Platz mehr, ey soll ich den ganzen Scheißloot hinpacken, ey nur Schrotte, echt, ey aber egal, weiter geht's das war jetzt Level 1 ich mache hier kurz mein Town Portal und gehe verkaufen denn ich bin voll kurz zum Händler und alles verkaufen jetzt gehen wir erstmal reparieren alle Ausrüstungsgegenstände reparieren dann verkaufen wir hier mal den ganzen Schrott der eh nicht magisch ist das interessiert uns mal gar nicht und das magische Zeugs gerumple da das zum zerstören was hat er denn schönes hat er irgendwas interessantes den Helm habe ich schon die Handschuhe nix, 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 nö Intelligenz braunert ich brauche Stärke und Vitalität Hedrick der Schmied dann schreitern wir mal unsere Ausrüstung kurz vielleicht kriegen wir ja dann dazu mal so ein Rare so ein Falling Tooth Ah da habe ich eins bekommen grad und nochmal eins und eins vielleicht 31 ja das vier das stinkst Blacksmith Belongings ah ja den Liebesbrief der da drin ist den habe ich euch wahrscheinlich auch schon vorgelesen in der Folge jetzt gehen wir mal zu dem Händler vielleicht hat der was ich mag dich du kennst die richtige Qualität meiner Wehrs das ist nicht so, als ob es einige Menschen ist ja nicht das ist nix hey das gibt es ja gar nicht ja heiltränke könnte ich kaufen 250er heiltränke ja 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 ich kaufte ein paar die mehr brauchen wir gar nicht So, dann gehen wir noch zum Ringhändler hier, zum Reddit. Plus 3 Vitalität. Oh, das ist gut. Haben aber eine 20 Rüstungsklasse, das ist natürlich schlecht. Was hast du für Ringe? Amulett plus 3. Attack Speed increased bei 3%. WeChat adds plus 2 to life. Aber 2.000 dafür auszugeben ist fast zu teuer. Das lohnt es nicht. Der Ring ist nicht schlecht, aber nur 1-2 Schaden mehr. Da gibt es bestimmt besseres Zeugs noch. Einfach mal abwarten. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.